Moin! Willkommen im Norden von Leipzig, an der Dortmunder Straße. Ich stehe hier etwa in der Mitte zwischen den S-Bahn-Stationen Leipzig-Nord und Essener Straße. Hier liegen vier Gleise. Links geht es nach Leipzig Hauptbahnhof, rechts nach Leipzig Messe. Die zwei vorderen Gleise führen ab Leipzig Messe weiter über die Schnellfahrstrecke nach Halle. Die zwei hinteren Gleise führen zur Strecke nach Bitterfeld und Berlin. Von Osten, also von rechts hinter mir, mündet noch die Strecke von Eilenburg ein. Sie führt unter den vorderen drei Gleisen hindurch und hat Weichenverbindungen zu den beiden hinteren Gleisen. Ihr seht hier einen S-Bahn-Zug aus Richtung Eilenburg auf der Fahrt zum Hauptbahnhof. Er taucht im Hintergrund wieder auf – bei der Fabrikhalle ganz links. Dramatische Musik Und zwar mit der Fahrt zum Hauptbahnhof. Betont mit der Fahrt zum Hauptbahnhof. Dramatische Musik Ein ICE nach Berlin. Er begegnet einem anderen ICE, der von der Schnellfahrstrecke kommt. Der Schnellfahrstrecke kommt. Der Schnellfahrstrecke kommt. Hier ist im Hintergrund der S-Bahn halt Essener Straße zu sehen. Der Schnellfahrstrecke kommt. Ein Intercity aus Magdeburg. Der Schnellfahrstrecke kommt. Auf den hinteren Gleisen fahren die S-Bahnen der Linie S2 und S6, sowie die Regionalexpresszüge der Linie RE 13. Die Züge der Linien S5 und S5X benutzen die vorderen Gleise, denn sie fahren über die Schnellfahrstrecke nach Halle. Damit sag ich tschüß – und bis zum nächsten Mal! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020